Als der gute Martin Schmidt auf den Balken gegangen ist, wieder zurück, auf den Balken, wieder zurück und dort oben wo er abfährt, wo die Springer abfahren, da sind es ja dann nicht bloß drei oder vier Meter pro Sekunde, sondern da wird es ganz anders und da muss jeder einschätzen können und müssen, was ist gut und was ist nicht gut für mich. Und wenn dort jemand auf die Idee kommt, das als Angst auszulegen, der ist verdammt schief gewickelt. Angst hat von diesen Leuten hier wirklich keiner und Martin Schmidt erst recht nicht. Also tun sie ihm nicht Unrecht, das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Auch wenn Maurice...